Heeeeeeehhh AAAAAAAH Was machst du? Machst du die Tür auf? Ne, ich woll' dir Steine zammeln. Da müssen normalerweise überall so kleine Steine rumliegen. So eins, du ne weißt? Hm. Ja, weil ich die Zombies da reinlocken wollte, weißt du? Ja, die werden zum Beispiel reinfallen, oder? Ja, die fallen da alle rein, guck. Ja, weil das merkt mich da ein bisschen. Boah, der Köder, also. Ja, alle rein da. Der Hund ist nicht dumm. Die kommen aber auch wieder raus. Der Hund wird dich jetzt schnell weg. Schnell weg. Das ist echt scheiße. Eine Steinaxe, ein Königreich, eine Steinaxe. Ach, kaum jetzt, oder? Wo ist die Axt hin, Mann? Pfeil. Werkzeuge. Ah, hier oben ist sie. Ich geh jetzt in das Gebäude rein, ja? Ja, jetzt hab ich kein Holz, Alter. Das darf doch nicht wahr sein. Wo bist denn du? Scheiß drauf. Komm zu mir, ich mach auf. Dann warum müsste er eigentlich hinter mir sein? Ja, da kommt auch ein Fedder auf dich zu. Ja, ich bin gleich drin. Ich bin drin. Ich bin drin. Ich bin drin. Ah, egal. Da ist doch ne편isch. Ich bin das, das ernst, ne concentrate ich. Ach, nee. Ja, das ist hier.